Sehr geehrte Damen und Herren, Sie möchten Produktlösungen live anwenden und direkt in der Praxis ausprobieren? Dann sind Sie in der EWAS Erlebniswelt genau richtig. Auf über 1000 Quadratmeter können Sie Anwendungslösungen und Produkte in den vier Kernbereichen heben, sichern, fördern und verpacken direkt live vor Ort testen. Natürlich ist die EWAS Erlebniswelt auch Bestandteil unserer vielfältigen Praxisseminare, wo Sie Übungen direkt am Trainingsgerüst oder beispielsweise der Förderbahn live vor Ort ausprobieren können. Kontaktieren Sie jetzt Ihren individuellen Anwendungsberater und nehmen Sie Ihr Wunschprodukt direkt aus der EWAS Erlebniswelt mit. Schreiben Sie uns, liken Sie uns oder rufen Sie einfach an, damit wir gemeinsam mit Ihnen zukunftsfit bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.